Ich höre auf, weil es nicht ihm ist und man nicht der Coole ist. Das ist doch ein Blödsinn. Oder man hat sogar Probleme zu erwarten, sein B ist man ja auch nicht. Ja, und so rauche ich halt weiter. Oder durchs Nichtrauchen erwarte ich mir sogar Vorteile. Ich glaube nicht mehr. Vielleicht fahre ich auch nicht mehr ins Ausland oder auch nicht nach Österreich. Ja, schauen wir mal. Oder Rauchen verhindert sogar Erfolg. Das mache ich natürlich nicht dagegen. Das mache ich nicht selbst. Und da. Vielen Dank.